Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei meinem kleinen Weihnachts-Pack-Opening in FIFA 17. EA hat ja hier so ein tolles Jumbo Premium Gold Set rausgebracht für 300 FIFA Points pro Stück. Da werden wir mal ein paar ziehen und ich hoffe, da sind ein paar schöne Spieler bei. Nehmen wir, fangen wir direkt mal an hier. Da geht ja gut los. So, was haben wir dann noch alles drin? Okay, kein seltener Spieler. Verträge nehmen wir auf jeden Fall, Manager-Verträge, Fitness, Heilung, Torwarttraining, Jipp, Chemistry, Manager-Liga, Bundesliga. Was haben wir hier? Oh! Okay, die erstmal anfangen. Und was haben wir hier? Zeltavigo, okay. Ähm, bei dem mal gucken. Das kommt erstmal auf die Transferliste. Die beiden. Oh, komm, ich. So, was haben wir hier? Schnellverkauf 308, okay. Ach, was würde der bringen? 900. Wenn ihn denn wer kauft. Ach komm, hier. Ihr beide kommt nochmal an den Verein. Zack. Und der Rest schnell verkauft. Zack. 1.900 Münzen. Dankeschön. Und Set Nummer 2. Komm, gib's mir. Na, oh. Oh, ta, okay. Der kommt auf jeden Fall erstmal in den Verein. Ich möchte mir nämlich eigentlich mal so ein Bundesliga-Team aufbauen. Dann haben wir hier. Ne. So, Verträge nehmen wir wieder mit. Fitnesskarten sowieso. Heilung, Training, Chemistry, Jipp. Ne. Stadion. Ne. Okay. Das wandert in den Verein. Das und das wandert auf die Transferliste. Dimm, 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 dimm. Und der Rest. Ja. Ist jetzt, glaube ich, auch nichts dabei, was auf dem Transfermarkt großartig Preise erzielt, ne? Ne. So, was haben wir denn hier alle schnell verkaufen? 1.982. Jipp. Tschüss. Nächstes Pack. Komm. Und. Na. Okay. Inyama. 83er Torwart. Ich habe Kassiers im Tor. Ich glaube auch nicht, dass ich den ausschmeißen werde. Aber... Ich überlege gerade, habe ich einen Ersatz-Torwart. Pssst. Hm. Oh, wen haben wir hier? Werner. Oh. Alles klar. Verein. Bzw. hier die seltenen sowieso Verein. So. Was haben wir hier noch? Konik. Aha. Okay. Verträge. Fitness. Torwart-Training. Positions-Jipp. Oh. Was haben wir hier? Eih. Trikot von Leipzig. Verein. Belgien. So. Das kommt auf die Transferliste. Den habe ich schon. Na. Da hab ich jetzt auch nur noch einen Platz an der Transferliste frei. Verdammt. Tsk. 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 Hach. Zack. Aber hier, oder ist hier noch irgendwas? Kairo, Leon, Durica. Die kommen weg. Zehn Packs haben wir noch vor uns. Und. Schönen Schrank dafür. Hm. Alter, wie guckt der denn? Jetzt mal ernsthaft. Verträge, Fitnesskarten, Heilungskarten, Training, Jipp. Chemistry, nö. Das besickt das Trikot, okay. Ja. Die wieder in den Verein. Die eigentlich auf der Transferliste. Leider ist die voll. Na, komm. Dann kommt ihr später auf die Transferliste. Aber das hier, der Rest kommt weg. Und nächstes Pack. Komm, 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 komm. Ja. Tottenham. Aha. Amela. Amela. Okay. Rafa. Da haben wir ja noch Freikammer. Es sind aber wenige Spieler in dem Pack jetzt gewesen, aber jo, da haben wir Verträge, Fitness, Training, Chemistry, was haben wir hier, Super League, Wappen, BB, Duplikat, also erstmal am Verein, dann kann ich die auf die Transferliste schicken, jo. FC Turin, erstmal ein Verein, USA auswärts, auch erstmal ein Verein, weil die Transferliste voll ist, Wappen, FK Rostow, Rostow, Super League, 779 Münzen für. So, jetzt komm, mal was richtig schönes, komm, oh, 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 wer ist er, jawohl, geil. Ich bin fast bejeistert, würde ich sagen, bin ich befasst. So, du, aber auf jeden Fall in dem Verein, auch in dem Verein, noch hier noch Petersen, okay, hat er gesagt, ich will mir so ein Bundesliga-Team machen, da nehmen wir den auf jeden Fall auch mit. Äh, Büskens, willkommen. Ja, Manager, komm, Verträge, oh, das finde ich natürlich geil. So eine schöne Inform-Karte hier, was haben wir hier noch, hier fällt, League 2, ach, guck, wo ich gerade in meinem Karriere-Modus spiele bei Blackpool. Alles an, das ist erstmal alles am Verein, was ich markiert hatte. So, sonst haben wir hier, kein außer Bundesliga, kein mit deutscher Nationalität, äh, prrr, ach, komm, erst mal einfach rein. Und ihr weg, immer noch 1,5 für, Respekt. Ah, das war doch mal schön, das war ein schönes Pack. So kann es weitergehen, komm. Mhm, Trapp. Willkommen. Du könntest eventuell, äh, für Cassias, ja doch, könntest du, könnte ich mir vorstellen. Ja, Hilbert, auch herzlich willkommen. So, was war hier sonst noch? Äh, Matip, oh, nehmen wir auch. So, na gut, die ganzen Verträge werde ich wahrscheinlich im Leben nicht brauchen, aber, ich hab's ja schon mal FIFA 15, FIFA 16, etc. gemerkt. Irgendwann, äh, ist der Punkt gekommen, wo man Verträge braucht. Oh, hallo. Ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber das macht sich gut auf dem Transfermarkt. Von daher erstmal den Verein. Ähm, was haben wir hier? Wappen von, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, aber Genschler Bierligi, Bierligi, keine Ahnung. Manager-Liga-Waschen-League, näh. Das ist ein Verein. Und der Rest, äh, ist das überhaupt für ein Verein, für den er da spielt? Manager-Jamaica, okay. Portland, aha. Okay, und verkaufen für 1117 Münzen. Los, Leute, sechs Packs haben wir jetzt noch, mit dem hier. Dann müsst ihr mir nochmal was Gutes tun. Chelsea. Oscar. Das ist auch was Feines. Ähm, jetzt gucken wir erstmal. Oh, hier, Gentner. Au, nehmen wir. Ähm, gut, euch beide sowieso. Hier ist jetzt, ist hier noch irgendwas, äh, Bundesliga oder Deutschland, wer bist du denn? Norwich City. Tim Klose. Okay, nicht ehrlich gesagt. Gut, dann Premier League. Jep, nehmen wir. Nehmen wir auch. Verträge, Fitness, Heilung, auch Heilungskarten. Oh, da können sie ruhig nochmal, ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal beim Ultimate-Team. Ähm, Verletzungen, ich weiß es gar nicht. So, hier haben wir jetzt, äh, Moni, wer bist du? FC Porto. Hm? Aber, ne. Jo, das wäre ich für 1.500. Sehr ordentlich. Und wir haben nur noch fünf Packs. Komm, komm, komm. Ähm. Wer bist du? Fech, 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 Verdammt, ich weiß es nicht. Äh, zentrales defensives Mittelfeld. Na gut, auch du erstmal herzlich willkommen. Ansonsten, äh, DSG, nehmen wir erstmal. Manager. Äh, Fitness, Heilung, Training. Meine Fresse. Oh, neues Stadion, mal gucken. Bonnmouth. Bonnmouth, wie auch immer. Okay, Verein. Ähm. Na, du auch erstmal Verein. Und dann haben wir noch, noch ganz so drei Spieler. Tut mir leid für euch, aber... Komm, 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 komm. Kivrak. Sorry, junge Torhüter brauche ich jetzt nicht wirklich. Na, komm, Bundesliga, ne, hatte ich ja gesagt, nehmen wir. Äh, Verträge. Und wieder Fitness, Chemistry, Premier League, oh, nehmen wir. Stadion, nehmen wir. Bologna. Siehnte Sounders. Nö, nö. Hm. Ach, komm, du auch anfahren. Zack, was soll der Gehalts? Um jetzt mal kurz gucken, aber... Bundesliga ist hier nix mehr. Nö, nö. Und wegführt 1900. So, Jungs und Mädels, drei Packs noch. Kommt. Oh, hopp mal. Wer sind das? Aha. Grüß dich. Aber ich kenn dich nicht. Na. Kann man ja noch gucken, was ist denn? Neapel. Aha. Außer... Und die albanische Flagge, ist das okay? Hm. Ventus? Pff. Naja. Und das war jetzt wieder ein bescheidenes Package. Torwarttraining, Ballsicherheit, Spielertraining. Wappen von Deportivo Garni, kenn ich nicht. Der Ball ist hässlich. Na, den habe ich schon. Das war jetzt echt mal ein relativ beschissenes Pack. So, wegführen. Und dann gibt es noch 1600 für die paar. Gut, weg. Oh, komm. Oh, komm. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, wer ist es? Vinian José. Oh, yeah. Noch ein Informer, alles klar. Hallo. Oh, noch nicht seltenen sowieso. Na, sorry Kumpel, du bist zwar deutsch und gut Dresden jetzt in die Bundesliga, aber Silber, äh, nee. Okay, sorry. Da fällst du dann doch aus meinem Ultimate-Team raus. Na, welch? Was haben wir hier? Wappen von Tschechien. Äh, Tigris, Sporting, bla. Na, na gut. Aber er hier zu Anfang, wo ist er? Komm. Er macht es ein bisschen raus. Er reicht es, reißt es ein bisschen raus. So rum. Äh, so, ihr anverein. Komm. Und ihr direkt für 1179 Münzen. Fum. Und wir sind beim letzten Pack. Und. Komm, 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 komm. Ah. Hm. Oh, ja. Hm. Der Privierer, gut. So, was haben wir hier noch? Hier, Köln. Baumjohann. Also, deutsch, Hertha. Oh, was haben wir hier? Wappen von Norwegen. Die ist ja schon wieder. RB Salzburg. Na, komm, mit dem Verein. Die gehen vielleicht mal auf den Transfermarkt weg. So, und was hatten wir hier sonst noch? Nee, sonst war nix. Okay. Anfahren. Und ihr müsst. Und, ja. Und ihr müsst leider weichen. Gut. FIFA Points sind alle. alles in allem ein bisschen bin ich enttäuscht, aber zwei eben Forms von daher wieder ein paar Spieler für mein Bundesliga-Team, das ich hoffentlich irgendwann mal zusammenkriege von daher, ich hoffe es hat euch gefallen, mir macht es ja sowieso grundsätzlich Spaß, sonst würde ich da auch kein Geld reinbuttern, sind wir doch mal ganz ehrlich und falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal oder vielleicht sogar bei einem anderen Video auf meinem Kanal wieder einschaltet und natürlich würde ich mir auch über einen Kommentar einen Daumen nach oben oder meinetwegen sogar auch einen Daumen nach unten freuen von daher Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschööö.